Guten Morgen, heute möchte ich mit Euch zusammen in meiner persönlichen Geschichte stöbern. Ein ganz spezielles Problem von mir seit meiner Kindheit war, dass ich Dinge nicht wirklich annehmen konnte. Ich war zudem auch noch ein Einzelgänger, ich habe wirklich alles alleine gemacht, ich habe mich genauso bei Computerspielen wie World of Warcraft die auf Gruppenspiele ausgelegt sind alleine durchgeschlagen, wie ich lieber auf dem Schulhof 1 gegen 3 Basketball gespielt habe als 2 gegen 2. Ich habe mir lieber alleine gelitten und gedarrt als den einfachen Weg mit anderen zusammen zu gehen. Und eben Dinge, Gefallen oder Leistungen von anderen zu erhalten ist dabei auch ein massives Problem gewesen. Das nicht gerne annehmen und das alleine kämpfen hat sich einfach wunderbar ergänzt für mich. Vielleicht erkennt der ein oder andere von Euch sich da wieder. Aber dann irgendwann kam der Punkt wo ich bewusst geworden bin. Wenn ich gerne anderen Menschen Dinge, Gefallen oder Leistungen gebe und dabei eine Freude empfinde, warum nicht diese Freude des Gebens auch anderen zugestehen. Dieser Gedanke kam auch zeitmäßig im Rahmen meiner Entmaterialisierung, also der Zeit wo ich gemerkt habe dass das Streben nach Geld und Besitz substanzlos ist. Wenn ich also gerne den Menschen eine Freude mache, aber anderen Menschen diese Freude verweigere, dann bedeutet das dass ich anderen Menschen nicht etwas gebe weil ich ihnen helfen möchte oder eine Freude machen möchte, sondern ich mache das um mich selber zu erhöhen. Wenn ich gebe aber verweigere dass man mir gibt, dann bin ich ein Egoist. Das hört sich auf den ersten Blick paradox an. Aber umso mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr erschloss dieses Statement eine neue Welt für mich. Und gemeinsam mit dem Erlernen zu nehmen wurden plötzlich auch die sozialen Kanäle geöffnet und ich habe mich von einem wirklich absolut krassen Einzelgänger zu einem ebenso krassen Community Menschen entwickelt. Mittlerweile ist es für mich selbstverständlich täglich mit Menschen umgeben zu sein, sich auch intensiv geistig und körperlich auszutauschen. Ich brauche auf dieser Welt gefühlt nichts weiter wie Essen, Dach über den Kopf und viele liebe Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich Energien austauschen kann, online wie offline. Bei mir war es schon ein massives Problem auch nur ein Danke anzunehmen und wenn ich von Wahr rede, so ist das eigentlich nicht mehr korrekt. Es ist in der Tat immer noch so dass ich mich oft ertappe wie ich relativiere wenn jemand Danke sagt. Ich kann zwar Dinge mittlerweile auch annehmen, aber dann kommt bei mir ganz oft sowas wie ach nix oder ach quatsch das ist überhaupt nicht der Rede wert, obwohl ich mich eventuell wirklich aufgeopfert habe für etwas oder mir zumindest Zeit genommen habe. Erkennt sich da der ein oder andere von Euch wieder? Ich bin mir sicher einige haben das Problem, von daher ist es eigentlich nicht korrekt zu sagen dass ich das komplett überwunden habe, aber ich arbeite an mir und nur darum geht es. Ich bin nun mal wie ich bin, aber ich kann versuchen immer bewusst das rauszuholen was geht. Ich werde auch keinen fitten durch und durch gesunden Körper mehr bekommen, dafür sind schon zu viele physische Bestandteile bei mir permanent geschädigt. Und nein ich bin nicht der Meinung dass man durch positive Gedanken alles ändern kann. Und damit habe ich natürlich auch nicht die Möglichkeit das zu realisieren, selbst wenn es so wäre, siehe mein Video zur Quantenphysik. Aber positive Gedanken katalysieren auf jeden Fall in einem gewissen Raum auch gesundheitliche Vorgänge. Das steht für mich auch außer Frage. Ich versuche also einfach das Beste irgendwie rauszuholen bevor ich den Löffel abgebe und weiterreiche. Und eben immer mehr versuche ein Danke einfach kommentarlos anzunehmen. Einfach anzunehmen. Klappe halten. Nichts relativierendes sagen. Einfach Danke annehmen. Oder auch wenn mich jemand finanziell oder substanziell unterstützt. Selber einfach annehmen. Und solche unnötigen Phrasen wie Hach das ist doch nicht nötig. Einfach weglassen. Gerade wenns nötig ist. Ich sehe mich trotz der Fortschritte was das Nehmen angeht wirklich immer noch als einen kleinen Novizen der nach wie vor noch viel vor sich hat. Geben ist nicht nur seliger denn nehmen wie Jesus meinte sondern ist auch einfacher. Weil man ja selber quasi einen Energieüberschuss hat und man sich davon befreit. Aber zu nehmen haben wir auch gesellschaftlich einiges an Konditionierungen aufzuarbeiten. Tolles Beispiel ist auch dass viele Menschen ein massives Problem haben während ihrer beruflichen Umorientierung ALG 2 zu beziehen. Was ja auch nichts anderes als ein Nehmen ist. Ich kenne Menschen die opfern sich in ihrem Job auf um ja nicht ins ALG 2 zu fallen und schaffen dadurch nie die Energie aufzuwenden die nötig ist um etwas wirklich Neues in Angriff zu nehmen. Und die Gesellschaft die klopft diesen Menschen schön auf die Schulter und sagt Du bist ein braber Mensch und nicht so ein Sozialschmarotzer. Und so festigt sich diese Einstellung des Nicht-Nehmen-Könnens. Und darin lag zumindest kann ich das für meine Geschichte sagen ein großes Problem. Das ist nicht annehmen können. Aber wie gesagt wurde mir so vor ungefähr 10 Jahren bewusst. Die Überwindung des Einzelgängertums und des Nicht-Nehmen-Wollens und Könnens ist für mich ein großer Schritt gewesen und ich möchte das heute mit Euch teilen. Ich gebe gerne und ich nehme auch gerne immer entspannter und zufriedener. Wie geht Euch das? Könnt ihr auch problemlos nehmen? Fragt Euch das mal ehrlich selber. Einfach offen herzlich nehmen? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich bin sehr gespannt auf Eure Kommentare. Wir sehen uns morgen oder in den Kommentaren wieder. Euer Christian. Tschüss. 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 Tschüss.